Es wurde alles aus nichts, aber es wurde alles durch Gottes Wort. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Amen. Liebe Zuschauer, ich grüße Sie auf das Allerherzlichste und ich freue mich, dass ich heute in dieser Predigt mir mit Ihnen Gedanken darüber machen darf und kann, wie Gott uns leitet in dieser Welt, wie wir Weisung vom lebendigen Gott für unser Leben erhalten. Und ich möchte diese Predigt eben dazu, wie Gott uns leitet, unter ein Wort stellen, das genau das verheißt, und zwar der Psalm 32, Vers 8. Dort lesen wir, Gott sagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Amen. Wir wollen beten. Ja, lieber Herr und Heiland, von ganzem Herzen wollen wir dir Dank sagen für dieses verheißende Wort, dass du sagst, dass du uns leiten willst mit deinen Augen, dass du uns den Weg zeigen möchtest. Aber manchmal sehen wir nicht richtig, wie es weitergehen soll, was dein Wille ist. Und wir wollen uns jetzt in dieser Predigt darüber Gedanken machen, wie wir das genau erkennen können, was dein Wille für uns ist, was dein Weg ist, den du möchtest, den wir zu gehen haben. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du in dieser Predigt uns das deutlich zeigst. Und dazu brauchen wir jetzt deinen Segen, deinen Geist. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Segne du selber, reden und hören, deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Zuschauer, so habe ich es gerade auch schon im Gebet zu Gott gesagt, das ist eine großartige Verheißung, die der Allmächtige uns da schenkt. Dass er uns sagt, unser Schöpfer, dass er uns seine Geschöpfe nicht nur das Leben gegeben hat, sondern dass er uns auch leitet in der Zeit hier auf Erden. Das ist etwas ganz Wunderbares. Aber da fragt natürlich sofort der ein oder andere von Ihnen, ja, wie geschieht das denn praktisch? Wie läuft das denn ab? Und das möchte ich Ihnen einfach zeigen in dieser Predigt, wie das funktioniert. Und ich habe Ihnen dazu ein Fünf-Punkte-Programm mitgebracht. Ich möchte Ihnen fünf Punkte aufzeigen, wie Gott Sie und mich leitet in dieser Welt. Es sind fünf Punkte, wo der erste der wichtigste ist und der fünfte der vermeintlich unwichtigste. Aber der erste ist das Zentrale und so geht es dann stufenweise runter. Fünf Punkte, wie Gott uns leitet, eine, so habe ich das genannt, Methode christlich-biblischer Wegfindung. Der erste Punkt, was sagt mir Gottes Wort? Der zweite Punkt, was hätte Jesus getan? Der dritte Punkt, was sagt mir Gott durch meinen Verstand und mein Gewissen? Der vierte Punkt, was sagt mir Gott durch die Geschwister im Glauben? Und der fünfte Punkt, was sagt mir Gott durch ungewöhnliche Botschaften? Ich möchte allerdings sagen, dass es eine Vorbedingung und eine Nachbedingung für diesen Fünf-Punkte-Plan gibt. Die Vorbedingung ist folgende. Bete zu Gott alle Zeit um Wegweisung. Das ist nicht meine Idee, das hat uns der Herr Jesus Christus auch geheißen zu tun im Gebet. In der dritten Bitte des Vaterunser heißt es, dein Wille geschehe. Und das ist nichts anderes als die Bitte um die Wegweisung Gottes. Deshalb beten Sie immer, auch bevor Sie diese fünf Punkte anwenden für einen konkreten Fall, immer, 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 immer beten darum, dass Gott Sie führen möge. Dass Sie seinen Weg gehen, nicht die eigenen Wege, sondern seinen Weg. Das ist die Vorbedingung. Ich habe nachher nach den fünf Punkten noch eine Nachbedingung. Aber das ist die Vorbedingung. Immer beten um Wegführung. Befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Also das ist das Erste. Beten Sie, wir beten alle viel zu wenig. Gebet unterstützt nicht die Arbeit im Reich Gottes. Gebet ist die Arbeit des Reiches Gottes und sie ist so wichtig für unsere Wegführung. Deshalb beten Sie immer wieder um diese Wegführung. Aber wenn Sie das tun, dann kommt der erste Punkt. Wie Sie erkennen, was der Wille Gottes für Ihr Leben ist und wie er Sie führt. Nämlich, dass Sie schauen, was sagt mir Gottes Wort. Psalm 119 heißt es im Vers 105, Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Nichts anderes ist die Bibel. Und wenn wir uns intensiv mit dem Wort Gottes beschäftigen, dann finden wir ganz, ganz viele, ganz konkrete Anweisungen dafür, was wir zu tun und zu machen haben. Das ist so wunderbar, dass man als gläubiger Christ, wenn man die Bibel liest und Gott bittet um den Heiligen Geist, dass wenn man die Bibel liest oder die Bibeltreue Verkündigung hört, dass man klar hört und versteht, was Gott einem ganz konkret für seine Situation zu sagen hat. Gott verheißt das. Er sagt in Johannes 10, dass er der gute Hirte ist und dass seine Schafe seine Stimme hören werden. Und das haben nicht nur die Männer und Frauen der Bibel erlebt, nein, das haben Männer in 2000 Jahren Kirchengeschichte immer wieder erfahren und erlebt, Männer und Frauen, dass sie ganz klar die Stimme Gottes gehört haben und dadurch Wegweisung erfahren haben. Beispielsweise Antonius, der große Mönch, der nicht weiß, wie er sein Leben führen soll, geht in eine Kirche und wie er gerade reinkommt, hörte die Lesung über Matthäus 19 über den reichen Jüngling, wo dem reichen Jüngling von Jesus gesagt wird, geh hin, gib alles den Armen und folge mir nach. Der reiche Jüngling tut es nicht, aber Antonius hört dieses Wort als Aufforderung des Heilands für sein Leben und er übergibt sein Leben ganz Jesus. Er war ein reicher Erbe, gibt alles weg und lebt fortan nur noch für den Herrn. Oder Martin Luther, der nach der Gerechtigkeit Gottes fragt und keine Ruhe findet, bis er schließlich im Wort Gottes die Antwort findet für seinen Lebensweg, als er Römer 1, 16, 17 übersetzt und dort findet, dass die Gerechtigkeit Gottes ist, die Gott ihm schenkt und nicht die er erwirken kann. Ganz klare Antworten. Auch ich habe das in meinem Leben immer wieder erfahren und erleben dürfen. Ich war junger Pfarrer, Anfang meines Dienstes, hatte viel zu tun in der Gemeinde, wo ich war und dann kam der Chef der Feuerwehr dort im Kreis Siegen und fragte mich, ob ich nicht Fachberater Seelsorge bei der Feuerwehr werden könnte. Und ich habe sofort abgelehnt. Ich hatte viel zu tun, das wollte ich alles nicht, das war mir auch fremd mit der Feuerwehr. Der hat mich dann nochmal angerufen, nochmal gebeten. Ich habe wiederum abgelehnt und ich weiß noch, wie ich dann eine Konfirmandenstunde vorbereitet habe zum barmherzigen Samariter und hatte dort einen Text, den ich schon mal verwandt hatte und hatte dort als exegetisches Ergebnis rausgearbeitet. Wir müssen denen zum Nächsten werden, die es von uns wollen und wir müssen den Anruf des Nächsten wahrnehmen. Da habe ich mir selber gepredigt durch meine Ausarbeitung. Das Wort Gottes gesehen, ganz klare Führung. Du musst da hingehen, du musst das machen, auch wenn du denkst, du hast keine Kapazitäten. Und ich bin sehr gesegnet worden durch diese Arbeit, die ich dann angetreten habe, weil Gott mir das gesagt hat. Ich darf Ihnen das sagen, ich bin über 20 Jahre Pfarrer und durfte immer wieder erleben, in den seelsorgerlichen Begegnungen, wenn man im Wort Gottes gegründet ist, dann kriegt man Antworten. Ich habe noch keine seelsorgerliche Begegnung erlebt, wo ich denjenigen, die mir gegenüber saßen, nicht klar vom Wort Gottes sagen konnte, was dran ist oder sie selber es erkannt haben. Die Frage war immer nur dann, ob man dem gehorsam ist oder nicht. Das heißt also, das ist das allererste und wichtigste, dass man das Wort Gottes befragt, was es einem zu sagen hat. Und dazu ist es wichtig, dass sie regelmäßig in der Bibel lesen, dass sie morgens mit Losung und Lehrtext beginnen, aber dass sie es eben dabei nicht bewenden lassen. Und das ist so die Mindestration, die ich auch immer in meiner Gemeinde verordne, ein Kapitel altes Testament, ein Kapitel neues Testament, dass man es liest und dann den Anker auswirft, vorher bittet vor der Bibel lese, Herr, sprich du zu mir. Und sie werden überrascht sein, wenn sie bisher noch nicht Bibelleser sind, wie Gott ganz konkret durch diese alten Texte in ihr Leben hineinspricht und in klare Weisungen gibt. Also das ist das Erste und Wichtigste. Und ganz, ganz viele Dinge sind damit schon erledigt, hat man Wegführung vor sein Leben, dass man die Bibel liest und dass man schaut, was sagt mir Gottes Wort. Das ist das Erste. Wenn diese Fragen aber nicht 100%ig geklärt sind, wenn man sagt, ja, ich kenne Gottes Wort, aber ich habe trotzdem noch nicht die endgültige Antwort, dann hilft eine zweite Sache. Und zwar die Frage, was hätte Jesus getan? Johannes 13 lesen wir, dass Jesus ein Beispiel gibt, an dem wir uns orientieren sollen. Da heißt es in Versen 13 bis 15, Jesus Christus spricht, ihr nennt mich Herr und Meister und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, was ich getan habe. Jesus, der der Herr ist, der Meister ist, wäscht seinen Jüngern die Füße und sagt, so sollt ihr auch handeln. Das heißt, damit gibt er exemplarisch ein Vorbild, an dem wir uns orientieren können. Und bitte, bitte orientieren Sie sich immer, immer, immer an Jesus. Nie an Christen. Christen, liebe Zuschauer, enttäuschen immer, denn sie sind Menschen und bleiben allesamt nur Sünder. Christus enttäuscht nie. Christen enttäuschen immer, Christus enttäuscht nie. Und es können die tollsten und vollmächtigsten Pastore und Pfarrer sein, es können wunderbare Prediger und Kirchvorsteher sein. Bitte orientieren Sie sich nie, nie an Menschen, immer an Jesus Christus. Noch einmal, Christen enttäuschen immer, Christus enttäuscht nie. Und deshalb sollen wir uns an Jesus ein Vorbild nehmen und sollen so handeln, wie er gehandelt hätte. Damit man das weiß, muss man natürlich wiederum in der Schrift zu Hause und beheimatet sein. Da muss man den Herrn Jesus kennen, wie er uns im Alten und Neuen Testament vorgestellt wird. Da müssen wir ihn kennen und so sollen wir dann auch handeln. Meine Konfirmanden tragen zum Teil für eine Zeit so ein Bändchen, da steht dann drauf, W, W, J, D, what would Jesus do? Eine ganz spannende Frage, die dann versuchen, so 30 Tage zu leben, genauso wie Jesus es getan hätte. Und wenn Sie dann dieses Experiment zu Ende haben nach 30 Tagen, dann merken Sie, dass es ein ganz anderes Leben ist, eine ganz andere Wegführung als die, die Sie gelebt hätten, wenn Sie nach Ihrem eigenen Gutdünken und Ideen gelebt hätten. Und da sollen wir immer wieder nachfragen, wenn wir nach dem Weg fragen, den wir zu gehen haben, wenn wir es nicht direkt aus der Schrift bekommen, dass wir sagen, was hätte denn der Heiland getan an der Stelle, wo ich jetzt bin? Das ist die zweite Frage, wo wir konkret lernen können am Vorbild Jesu. Wie wir dann Wegweisung bekommen. Was hätte Jesus getan? Ein drittes, was uns helfen kann, was uns helfen soll, wie die Schrift es sagt, woran wir uns orientieren können, um die Wegweisung Gottes zu bekommen. Was sagt mir Gott durch meinen Verstand und mein Gewissen? Diesen Predigtvers, den ich mitgebracht hatte, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Das ist ein verheißenes Wort. Das ist der Vers 8 im Psalm 32. Im Vers 9 heißt es dann direkt, Werdet nicht wie Ross oder Maultier ohne Verstand. Das ist sehr interessant, dass Gott uns an dieser Stelle sofort uns dann auch sagt, er will uns weisen, aber wir sollen den Verstand nicht ausschalten. 2. Timotheus 2,7 heißt es, Bedenke, was ich sage, der Herr aber wird dir in allen Dingen Verstand geben. Das heißt, wir sollen als erstes nach dem Wort Gottes fragen, als zweites schauen, was Jesus getan hätte, aber dann eben auch unseren menschlichen Verstand nicht ausschalten. Das ist ja auch unser protestantisches, reformiertes Erbe, dass wir eben über den Verstand den Zugang zum Wort Gottes suchen und darin dann im Wort Gottes über den Heiligen Geist Dinge erkennen. Wir haben es so nicht mit den Gefühlen oder der Ganzheitlichkeit, dass wir irgendwelchen Weihrauch schnuppern oder sonstige Dinge tun. Nein, wir haben den Zugang als Protestanten über den Verstand. Und wenn man den ausschaltet, dann wird auch manche gut gemeinte Gottesnachfolge schwierig. Ich kann mich erinnern, eine Frau, die wirklich eine treue, treue Schwester im Herrn war und die versuchte, ihr ganzes Leben in den Dienst des Herrn zu stellen. Aber sie hat es ohne Verstand getan. Das sah dann so aus, dass die morgens im Beck lag und sie schon gefragt hatte, womit gebe ich denn Gott mehr die Ehre, wenn ich mit dem linken oder mit dem rechten Bein aufstehe? Und genau so ging es dann weiter. Wenn sie überlegt hatte halt, welche Socken ziehe ich dann an? Die weißen, gelben oder roten? Womit ehre ich denn Gott mehr? Was ist sein Wille? Und das war dann so abstrus, dass die Frau zum Schluss nicht mehr lebensfähig war. Warum? Weil die hat ihren Verstand ausgeschaltet. Das ist Gott egal, ob wir mit dem linken oder rechten Fuß aufstehen. Das ist dem auch egal, welche Socken wir tragen halt. Wir sollen nicht werden wie Ross oder Maultier ohne Verstand. Wir sollen gucken, dass das ganz Normale auch dann angenommen wird. Es gibt eine tolle Geschichte, ich liebe die Rabbi-Geschichten, es gibt eine tolle Rabbi-Geschichte, die das deutlich macht, dass wir eben auch die Wegführung Gottes im ganz Normalen annehmen und nicht immer nur auf das Übernatürliche, auf die übernatürlichen Wegweisungen warten. Diese Geschichte erzählt, dass in Israel ein Dorf von einer Überschwemmung bedroht sei, weil ein Fluss über die Ü vertrat. Und da ist der Bürgermeister durch den Ort gelaufen und hat gesagt, wir müssen alle den Ort verlassen, es wird eine Überschwemmung geben. Und alle Menschen machten sich auf, nur der Rabbi blieb dort und sagte, der Herr wird mich retten. Das Wasser stieg, das Dorf war evakuiert und der Rabbi musste in den ersten Stock, dann kam die Feuerwehr mit einem Schlauchboot und sagte, komm Rabbi, du musst ins Boot steigen, damit du nicht ersäuft wirst. Der Rabbi lehnt ab und sagt, ich will nicht einsteigen, der Herr wird mich retten. Dann schließlich steigt das Wasser weiter, er muss auf das Dach seines Hauses steigen, dann kommt die Armee noch einmal mit einem Hubschrauber und fordert ihn auf, in den Hubschrauber zu steigen und er lehnt wiederum ab, nein, ich vertraue ganz allein auf den Herrn, er wird mich retten. Und dann steigt das Wasser weiter, so diese Geschichte, und der Rabbi ertrinkt. Dieser Rabbi steht dann vor dem Allmächtigen und er fragt, der Herr, warum hast du mich denn nicht gerettet? Und dann sagt Gott zu ihm vermeintlich in dieser Geschichte, was soll ich denn noch tun? Ich habe dir den Bürgermeister geschickt, ich habe dir das Schlauchboot geschickt und ich habe dir den Hubschrauber geschickt. Und so ist es bei manchen Menschen, die erwarten von Gott eine ganz abstruse, spektakuläre Wegführung und in Wirklichkeit müssen sie nur den Verstand einschalten und dürfen den Weg erkennen, den der lebendige Gott für sie bereitet hat. Aber nicht nur der Verstand ist etwas Wichtiges, das Gott uns gegeben hat, den wir benutzen sollen, sondern neben dem Verstand in uns drin, gibt es noch eine zweite Instanz, das Gewissen. Was sagt mir Gott durch meinen Verstand und mein Gewissen? Das griechische Wort für Gewissen heißt Synhadesis und das heißt so viel wie Mitwissen. Und Gott hat uns mit dem Gewissen eine Instanz gegeben, wo wir auch merken, da ist etwas nicht richtig, das ist Unrecht, das ist Sünde. Und wenn wir diesen inneren Gerichtshof sprechen hören, wo wir merken, wo wir merken, das ist nicht in Ordnung, dann sollen wir dem auch nachgehen. Das ist übrigens die Instanz, auf die Luther sich berufen hat, als er in Worms vor dem Reichstag nicht einknickt vor dem Papst und vor den Kardinälen und den Bischöfen, sondern allein beim Wort bleibt und sagt, ich bin im Gewissen gebunden, ich weiß, dass das falsch ist, also kann ich das nicht tun. Also das ist ganz wichtig. Als erstes ist das Wichtige, was sagt uns Gott durch sein Wort? Danach kommt die Frage, was hätte Jesus getan? Aber das Dritte ist dann eben, was sagt mir Gott durch meinen Verstand und mein Gewissen? Und der vierte Punkt, wie wir biblisch-christliche Wegweisung bekommen, was sagt mir Gott durch die Geschwister im Glauben? Wenn ich nicht mehr weiterkomme und wenn ich trotz Studium in der Schrift, trotz dem Überlegen, was Jesus getan hätte, trotz dem Nachdenken im Verstand nicht weiterkomme, da ist es gut, dass der Herr und Heiland uns Brüder und Schwestern zur Seite gestellt hat. Kolosser 3, Vers 16 heißt es, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, auch hier wieder, Wort Gottes als erstes, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Also das kommt dann auch dazu, dass wir Brüder und Schwestern haben, die uns auch sagen, was dran ist. Und auch das ist wichtig, dass wir da auf die Brüder, auf die Schwestern hören, nicht auf die Menschen aus der Welt, die den Heiligen Geist nicht haben, sondern auf Brüder und Schwestern in der Gemeinde. Aber da ist es wichtig, dass wir da dann auch Wegführungen annehmen dürfen, uns da nicht manchmal verrennen, wie es manche Christen tun, die dann auch auf ganz spektakuläre Offenbarung warten und für das Einfache nicht offen sind, was ihnen Brüder und Schwestern sagen. Ich habe von der Geschichte eines Mannes gelesen, in Amerika, in einer Gemeinde, der dort in der Gebetsgemeinschaft war und immer wieder in der Gebetsgemeinschaft Gott angerufen hatte und gesagt hat, Herr, gib mir eine Aufgabe, gib mir eine Aufgabe, die ich erfüllen kann. Also der klar um Wegweisung war. Nachdem er das dreimal getan hatte, ging nach der Gebetsgemeinschaft der Pastor der Gemeinde zu ihm und sagte ihm, wir haben hier in der Gemeinde eine Aufgabe, die Kirchenbänke müssen renoviert werden, abgeschliffen und gestrichen werden. In der nächsten Gebetsgemeinschaft war dann dieser Bruder wieder dort und er betete abermals zu Gott und sagte, Herr, gib mir eine Aufgabe, aber nicht die Renovierung der Kirchenbänke. So sind eben manche Menschen, die sehen das Offensichtliche nicht oder sträuben sich gegen den Willen Gottes. Und Gott sei Dank ist es aber so, dass Gott zu uns redet, auch durch den Mund von Brüdern und Schwestern, dass wir uns immer wieder auch klar sagen können, in der Seelsorge oder durch Hinweise, was der rechte Weg ist. Übrigens auch das etwas, was in der Bibel immer wieder gezeigt wird, als Paulus und Barnabas in Apostelgeschichte 15 nach Jerusalem kommen, da haben sie die Frage danach, wie ist es denn jetzt mit der Beschneidung? Müssen die Menschen, die jetzt neu zum Glauben kommen, aus dem Heidentum, auch beschnitten werden oder nicht? Denn Petrus, der behauptet, klar, ja, die müssen beschnitten werden. Paulus sagt, nach meiner Erkenntnis nicht. Und dann gehen sie hin und besprechen sich mit den Brüdern im Glauben und sie kommen zu dem Ergebnis, das gesagt wird, für Petrus ist das mit der Beschneidung in Ordnung und bei Paulus geht es bei den Heiden auch ohne Beschneidung halt. Das ist ganz wichtig als viertes, was sagt mir Gott durch die Geschwister im Glauben? Und dann fünftes und letztes schließlich, was sagt mir Gott durch ungewöhnliche Botschaften? Auch davon berichtet die Bibel, dass Gott natürlich auch ganz spektakuläre Ereignisse nutzen kann, um uns zu reden. Aber das möchte ich sagen, das ist die Ausnahme, das ist nicht die Regel. Wir finden so eine Ausnahme etwa in Apostelgeschichte 16, Vers 9. Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht, ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn, komm herüber und hilf uns. Eine Veränderung seiner Reisepläne, dass ganz klare Wegweisung kommt, da kommt ein Engel und er ruft ihn rüber nach Europa. Aber Gott kann solche Dinge tun. Aber, und das ist immer ganz wichtig, gerade diesen Punkt 5, den muss man immer verifizieren, muss man immer bewahrheiten an dem ersten Punkt und an dem zweiten Punkt und an dem dritten Punkt und an dem vierten Punkt. Wenn ich solche besonderen Offenbarungen bekomme, dann muss ich immer wieder prüfen, ist es in Übereinstimmung mit der Schrift und ist es das nicht, dann muss ich das verwerfen, dann ist die Quelle, wo das herkommt, nicht der lebendige Gott, sondern dann ist es jemand anderes. Das müssen wir wieder sehen, auch der Satan wirkt in dieser Welt. Deshalb, ja, Gott wirkt auch durch ungewöhnliche Botschaften, Gott wirkt auch durch Träume, gar keine Frage, Gott lässt den Bileam durch einen Esel eine Kundschaft kundtun. Es gibt ganz tolle Wege und Gott ist nichts unmöglich, wie er Menschen Botschaften geben kann, aber, das ist wichtig, wir können die immer wieder überprüfen und müssen überprüfen daran, ob sie mit Gottes Wort übereinstimmen und das möchte ich Sie bitten, wenn Sie so eine besondere, ungewöhnliche Botschaft bekommen, was nicht die Regel ist und was die Ausnahme ist, bitte, das müssen Sie am Wort Gottes überprüfen und daran überprüfen, ob Jesus das genauso getan hätte und wenn es dazu ein Nein gibt, bitte, dann verwerfen Sie das, dann ist es nicht der lebendige Gott, der Sie dort anspricht, sondern dann ist es irgendetwas anderes, was Sie versucht wegzuziehen vom Wort Gottes. Aber auch dafür dürfen wir offen sein, für eben diese ungewöhnlichen Botschaften, die Gott gibt. Dass dieser Fünf-Punkte-Plan, dieses Fünf-Punkte-Programm einer Methode christlich-biblischer Wegfindung, erstens, was sagt mir Gottes Wort, zweitens, was hätte Jesus getan, drittens, was sagt mir Gott durch meinen Verstand und mein Gewissen, viertens, was sagt mir Gott durch die Geschwister im Glauben und fünftens, was sagt mir Gott durch ungewöhnliche Botschaften. Jetzt hatte ich Ihnen schon gesagt, es gibt eine Vorbedingung, also etwas, was dieses einbettet, dieses Fünf-Punkte-Programm. Die Vorbedingung war, beten Sie immer, beten Sie immer darum, dass der Herr Sie weisen möge, dass er Sie auf seinem Weg führt. Und die Nachbedingung bedeutet und lautet, wenn Sie eine Entscheidung getroffen haben, das heißt, wenn Sie überlegen, wie soll es denn weitergehen, welchen Weg soll ich beschreiten, wenn Sie eine Entscheidung getroffen haben, dann legen Sie diese Entscheidung vor den Thron des Allmächtigen, im Bild gesprochen, und bitten Sie um Korrektur, wenn Sie einen Fehler gemacht haben. Psalm 139 betet David, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Bitte, wenn Sie eine Entscheidung nach diesem Programm getroffen haben, haben im Wort geguckt, haben geschaut, was hätte denn Jesus getan, haben Ihren Verstand bemüht, haben mit Geschwistern im Glauben gesprochen, haben vielleicht eine besondere, ungewöhnliche Botschaft bekommen und haben dann eine Entscheidung getroffen, dann bitte immer wieder Gottes hinlegen und sagen, so tue ich auch immer, so bete ich, Herr, du weißt, ich bin ein schwacher Kandidat, ich bin ein sündiger Mensch, ich habe jetzt folgende Entscheidung getroffen, ich will folgendes tun, nach bester Überlegung, nach Studium in deinem Wort, aber wenn ich Dinge nicht erkannt habe, wenn es ein Fehler ist, dann greif ein, dann mach du Türen zu, lass es mich erkennen, leite du mich auf deinem ewigen Wege und verhindere, dass ich auf bösen und falschen Wege gehe. Und ich darf Ihnen versichern, wenn Sie das von ganzem Herzen tun, dann werden Sie erleben, wie Gott, wenn Sie einen Fehler machen, eingreift und Ihnen ein klares Stoppschild vorsetzt. Wir haben einen Gott, der uns führt und leitet. Und das ist etwas ganz Wunderbares, dass wir nicht allein sind in dieser Welt, sondern dass der Heiland bei uns ist als guter Hirte und dass er, wie es eben in diesem Psalm 32 Vers 8 heißt, dass er uns unterweisen will, dass er uns den Weg zeigen will, den wir zu gehen haben und dass er uns mit seinen Augen leiten wird. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie das immer wieder spüren in Ihrem Leben, die Nähe dieses wunderbaren Gottes in Jesus Christus, des guten Hirten, dass Sie seinen Segen, seinen Schutz und seine Bewahrung spüren, aber dass Sie immer wieder auch merken und erleben, wie er Sie führt. Dieser Gott, der Vater, Sohn und Heiliger Geist, möge Sie alle, die Sie diese Predigt jetzt gesehen und gehört haben, segnen und behüten. Seien Sie Gott anbefohlen. Auf Wiedersehen. . Untertitelung des ZDF사를 Vielen Dank.